Herzlich Willkommen, mein Name ist Kerstin Projan und ich bin die Einrichtungsleiterin im Heilpädagogischen Kinder- und Jugendheim in Kökte in Sachsen-Anhalt. Mir gefällt es hier gut, weil wir eben auch so unzählige Sportangebote haben und ich sehr gerne Sport mache und weil man mit den Erzählern hier über alles reden kann, über seine Probleme. Dank der 146.000 Euro der Deutschen Fernsehlotterie konnten wir das alte Haus unserer dritten Wohngruppe umbauen und neu gestalten. Jetzt hat jedes Kind sein eigenes Zimmer. Und ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie jetzt bei den Gewinnzahlen der Wochenziehung. Seeluft schnuppern und dabei mal so richtig die Seele baumeln lassen. Eine Erholungswoche für zwei Personen in der Aquamaris-Strandresidenz Rügen gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 1099620. Einen VW Golf Trendline gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 8919657. Genießen Sie entspannende Momente im Fünf-Sterne-Hotel Dollenberg. Eine Wellnesswoche für zwei Personen in der Ortenau im Schwarzwald gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 0234960. Einen VW Take-Up gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 4666100. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 8480528. Herzlichen Glückwunsch und denken Sie dran, kurz vor der Tagesschau sehen Sie die nächsten Gewinner bei der Prämienziehung für das Mega-Los. Vielen Dank fürs Mitspielen!